High to this character Du ausgleichst so, dass man mehrere davon platzieren könnte Okay Ja, der muss ja auch im Dings funktionieren, im Twilight-Fastoring Äh, dann muss man, glaube ich, dann nochmal extra reduzieren Hm, ja, werden wir ja sehen Ich brauche hauptsächlich, hauptsächlich muss ich die Boss-Mombs und den Rest, also die Wege, kann ich ja los, kann ich aufs Green alles machen So ist es ja nicht Hm Aber dieser schwarze Boden gefällt mir irgendwie Ja, da passt es irgendwie So Wer will Toast haben? Keiner Ach, und, äh, Hytale ist ja wirklich ein eigenes Spiel Das war grad irgendwie, was ich angekommen Hä? Wie kommst du jetzt auf ein anderes Spiel? Frag mich ich Frag mich Warte mal, wenn ich Schatz, hier hat das verwirrt, ja? Ja, ich Ich weiß wirklich nicht, wie ich grad da irgendwie Keine Ahnung Ice Cake Äh Rainbow Curry Kannst du mittlerweile selber machen, aber Bus請 Ich weiß nicht, wie ich raus temperaturen Okay... So... Du 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 Du... Nur Du 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 Du... Einfach mal abkürzen, oder? Hmmmm Wenn nicht, mach ich mir halt dieses Stuffed Pepper Jetzt kommt ich halt nach dem Gipzig und auch dieses Infused Iron Bucket Evil Infused Und wie hieß denn dieses Feuergedöns, was viermal so heiß ist wie Lava? Ähm Das gab's nur bloß bei Endaio, oder? Ne, das gab's, deswegen habe ich auch so besucht, aber Das habe ich, das finde ich hier nicht Dann ist das vielleicht deaktiviert Das hast du mit so einem komischen Blaze Powder gemacht, ne? Ja, aber das war ganz merkwürdig noch Das war so ein brennender Eimer Richtig? Ja Ja, das... Ne, ist hier nie drinne Ne, schade Ne, dann ist das von einer anderen Mod Dann ist das lieber extra Utilities mit drinne Schade Schade, weil dann wäre die, ähm Lava-Produktion hier noch besser vorangegangen Warum habe ich mir nicht Erde gewünscht? Ähm Brauchst du Erde? Wir haben hier 9, 10, 11, 12 Stacks drinne Ach, dann hätte ich gern 3 Kommen die abholen? Ja, Buduki, das hast ja Mehr musst du ja nie machen Ja, das tue ich gleich ab Wenn ich mal mit einer anderen Kiste befrieden könnte Ähhh Nicht, wonach es aussieht Oder klingt Das hat sich schon so falsch angehört, dass ich jetzt verstört bin Perfekt Ja, das war klar Das hat funktioniert Ja, ich habe bei mir hinten soweit erstmal alles fertig, was an Erde benötigt wird So, hier kommt das ganze Dings darin Zack, 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 zack Dann kommt das Esse hier rein Ich mach jetzt hier einfach mal den Gravel mit rein Hey, ich hab Toast Ich, ich, ich hab Toast, Leute Freu dich einen Cooler Kick Ja, ich freu mich Ich hab Toast So, hier in die Toolstation hau ich jetzt mal Obsidian rein zum Reparieren der Sachen Falls man Ich müsste doch mal euren Resonator nutzen Müsst das schon sein Jaja So 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 Einmal anschreiten Jetzt haben wir ein doppeltes Steinprodukt zurück Ich, ich Ich weiß nicht, warum ich mich darüber gerade so freue, aber ich hab, ich hab, ich hab, ich hab Toast Na ja, nicht jeder hat Toast, ne Habt ihr Toast? Ne Ja Ja Weil ich mich auch gerade nie um das Essen ehrlich gesagt kümmer Weil wir noch so viel vorrätig haben Ich tu jetzt erstmal unsere Base verschönern Und ich, dann will ich erst das Gewächshaus bauen, bevor ich mit irgendwas anfange Ja Dann muss ja hier hinten noch mein Haus entstehen Und ich brauch Glowstone Ich brauch, warte mal, ich kann ja gucken wie das aussieht, das Tomato Dings da, Tomato Seed, das ist so ein rotes Ding Ach, ich hab jeden Seed den Skipp noch Nur mal so zu einfach Ja, ich müsste an ihn um Hause Aber ich möchte ihn mir lieber kaufen Ja, äh, kauf doch Ich kann jetzt erstmal meine Emeralds Da ist er gegangen Nee Sascha ist weg Hm Warum auch immer Ach ja, Seaweed Sea Es wird Nacht, wir müssten immer schlafen Oh, die Hochzeitsnacht Schatzi, weißt, was das heißt Ja Ja Cranberry, nein Nein, das heißt es nicht Toll, du willst schlafen, bist aber nicht mal hier Ja, ich war grad, das war schon Ah Weil ich den Resonator brauchte Eius, kannst du dich kurz hinlegen? Komm, dann adoptieren wir dich auch Vielleicht Warum? Gibt's hier überhaupt ne Tomato-Dings da? Ja, ich hab sogar schon Tomaten in der Küste Willst du einen Seed haben? Ich, ich komm eh gleich vorbei Okay So, ja Erst musst du dich hinlegen Ja, ich... So, Schatz, warte Wie nennen wir unser Baby? Wie nennen wir unser Baby? Harald Genau, äh Vor allem, wir wissen ja nicht... Ach doch, it's a boy Harald Guck mal da, unser Baby Geil, oder? Ja Das müssen wir jetzt einfach da ranthalten Äh, oder wie? Oder im Inventar haben Äh, für elf Minuten Ah, okay Hab ich schon ausprobiert Ach, ich hab grad ehrlich Was denn? Wo bist denn du? Nein? Hier bin ich. Ich hab grad ehrlich gedacht, dass ich Ne? Also Trotzdem Moment Ja! Unsere Falle hat geklappt! Beim Sascha aber nicht Der ist da instant rüber gelaufen Also Ich hab jetzt ernsthaft Für mich nehme ich mir mal 3 Sticks raus Okay, hier ist Highbox Guck mal, das macht am meisten Spaß Und erstmal einen Modifier gekriegt Das heißt, ich kann wieder leveln Modifiziere her, warum? Naja, wenn du eine gewisse Anzahl zum Beispiel mit der Madhawk Abbaust, kriegst du auch XP Und dann kann ich wieder Die Schärfe zum Beispiel verstärken Oder mir ein komplett anderes Neues Modifier draufschmeißen Ah! Und so ist das gleiche beim Schwert Bloß, dass du halt nicht Du musst halt Mobs töten Und die XP Also allgemein XP Kriegen dafür Hm Okay Deswegen haben wir unsere Mobfarm mit Wasser ausgehüllt Damit Wir dort Mobs bekommen So Hey Die Obsidien Aber ich geh gleich in Die Obsidienproduktion läuft hier bei uns auch auf Hochton Wir haben schon insgesamt mehrere Stacks und Obsidien rausgekriegt Cool Ist das automatisch? Ja Ja Dieses Kind Alter Tyrox wollte doch wissen, wie das Kind heißt Ja Na, musst du nochmal herkommen Na Ne Ich komm nicht Das heißt Ey, ich hab das Kind Das hat einen ganz geilen, speziellen Namen, also Schrätsig, mein Na frag doch mal mein Schatzi, ob sie zu dir kommt Du musst eh mal spazieren gehen mit dem Kind Ich bin grad bei Sascha und warte bis der Resonator durchgebrannt ist Ja, dann kannst du doch in der Zeit noch zu Tyrox gehen Oder? Ist Soros grad bei sich Ich denk es mal Ey Leute, soll ich's von der Klippe werfen? Nein, das musst du nicht machen Nicht wenn du diesen Namen liest Das klingt überzeugend Ja, jetzt musst du erst wissen, wie's heißt, ne? Ja Ja Dann Schnell, guck's dir an Ich höre, wüsste ich's noch nicht hier Oh, der Boden Weil ich keinen Bock hab, zu dir dahinter zu laufen Soll ich rumkommen Hhhhh Witz Schmelz, aber auch eh noch ne Weide, du redstone gelockt läuft in Ruhe durch Wie spät haben hast du überhaupt noch? Bis wann ist das hier, wollen wir online? Bisschen was er macht Das Problem ist, Tyrox, du musst mir jetzt echt entgegenkommen. So, ich habe drei. Das gibt eineinhalb. Eigentlich hätte man da so eine Wartezeit einbauen müssen. So, man macht das Baby, dann muss man ein oder zwei Minecraft-Tage warten und da hat man es erst. Aber warum? Warum was? Warum hab ich das nicht genannt? Weil du gerade als ähnliches mit auf dem Server warst. Wäre Sascha noch hier gewesen, hätte ich es aber trotzdem nicht Sascha genannt. Wir dürfen ja bloß bis maximal drei Kinder haben. Vor allem die arbeiten dann auch für uns, die können wir auf dem Feld arbeiten lassen. Das habe ich schon getestet. Das habe ich schon getestet. Ich bin das Kind wieder. Also wenn nicht, dann mache ich mir jetzt durch. Da gibt es eine Wartezeit. Sag mich was passiert. Was hast du gemacht? Ich baue mit dem Kind ein Zauber. Hey. Nein. Dann hast du es wieder. Dankeschön. Kann man jetzt eigentlich schon irgendwie knutschen? Nein. Ich kann den Küchen wieder ein Baby machen. Wie realistisch. Nein. Wir müssen erst mal abwarten, bis das andere groß genug ist, dass es am Feld arbeiten kann. Hm. Oh Gott. Ey, wenn das meine Kinder irgendwann mal hören, was es hier von mir gäbe. Oh Gott. Äh. Dein Sodom, warum guckt denn die Videos? Ja, der hat heute zum Beispiel auch mit Sascha seine Videos geguckt. Mhm. Da höre ich im Hintergrund immer ein bisschen Sascha brüllen. Tyrox. Ey. Ja. Soll er gucken? Also mich stirbt das nicht. Ich freue mich doch. Wenn es ihm gefällt. See you, see. Dann kann ich mir irgendwann Sushi machen. Jetzt habe ich die falschen Steine hergestellt. Alles klar. Ey, ich kann irgendwann, ne. Weißt du. Irgendwann kann ich mir Sushi machen. Und dann kann ich Sushi essen. Ja. Und ich habe mir gerade die falschen Steine hergestellt. Scheiße. Naja. Brennt ja schnell durch. Der Kalister. Äh. Da. Lavaproduktion. So. Also ganz ehrlich, das geht echt krass schnell. Also unsere Lavaproduktion kommt echt gut hinterher mit Albus. Da haben wir einen Steine da oben. Ist ja ein Reiskuchen. Ne. Da ist Steine. Da ist das eh schon wieder zum Drittel. Dann können wir wieder aufbinden. Du. 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 Ein Closedone Block habe ich nur noch. Ein Onigiri kann ich machen. Gesundheit! So. Wo haben wir diesen... Ich sage jetzt mal, Skeltel, damit man die Knappellen da zerschneiden kann. Äh. Keine Ahnung, weil ich das nie gebraucht hab. Glass Cutter! Also wie gesagt, ich habe den nie gebraucht. Ich weiß auch noch, wo ihr den hinschmeißt. Ich weiß es leider auch nicht. Aber ich habe ihn doch gefunden. Okay. Weißt du, ich mache mir jetzt einfach nur so ein Riesenfeld. Weißt du, wie ich das habe bei mir hinten? Keine Ahnung. Ich habe für jeden Seed eine 8er oder 9er Reihe angelegt. Wie viele Seeds gab es? 81, ne? 81 oder 83. Und das ist nur das Palms Harvestcraft-Gedöns. Vanilla Seeds kommt noch dazu. Die baue ich extra an. Und dann kommen noch die ganzen Bäume. Bäume sind es 2, 3, 6, 12, 50. Ich glaube, 30 Bäume. Wenn mich nicht alles täuscht. 25 bis 30 Bäume sind das. Also, du musst da ganz schön was anlegen. Ja. Schau mal beim Kind. Du musst einmal hier in die Nähe gehen. Dann solltest du auch. Grid Power 1.0. Äh, 1'0. Ja, bei denen... Äh... Wenn du auf deinen Ring gehst... Ja. Was steht da? Grid Power... Wie viel von wie viel? 1'0. Okay. Nun heißt das... Äh... Platzier... Die... Nimm mal den hier. Den da. Der da am Wasser liegt. Und platzier den dort. Dort, ja. Jetzt sollte da mehr stehen, oder? Eine reicht nicht. 1 von 7. Ja, dann platzier den da nochmal. Äh... Das Problem ist... Den hab ich jetzt eng. 1 von 15. Ich glaub, wir müssen das ganze Gedöns noch einmal bauen für mich. Und dann noch einmal für Cassie. Ja. Dann bau die ab und setz du die nochmal hin. Wann mal, aber es reicht ja an sich eigentlich. Können wir nochmal kurz schlafen gehen? Ja. Weil ich hab grad nicht ausgeleuchtet. 11 Minuten. Ja, das muss hier oben spawnen dann, das Kind, weil das ist ein NPC. Der läuft auch... Der läuft auch in den Akkunden, wenn es ein muss. Hm. Ja, und hier da hinten ist was aufgescheiß. 12 Minuten. Äh... Oh Gott. Schau mal, unser Kind überlebt das. Ready to grow up. Jo, lass es wachsen. Willst du nicht so besser sein? Leck... Oh, Standbild. Alles klar. Leckt bei dir auf. Äh, ich seh... Jaaaa... Äh... Was ist das jetzt? Mein Spiel ist abgestürzt. Nee, bei mir leckst du nicht. Nee, also ich hab grad so einen ganz komischen Bildschirm, so hell, ganz hell auf... Ja, als wie wenn man in den Himmel guckt. Huh? Rockstar, dance until I drop, my love is a party, my home is the club. My stage is the dance, your party never... Jaaa... ビ学ta... watch tylko conservative. Jaa... Wo так 한 el... Jaa...